Ich glaube, der Kampf zwischen Anderson Silva und Jake Paul war fake. Jake Paul und Anderson Silva haben heute Nacht gegeneinander gekämpft. Ich dachte ja die ganze Zeit, dass Anderson Silva endlich derjenige sein würde, der diesen ganzen Spieler ein Ende setzt und Jake Paul besiegt. Ich hatte zwar ein bisschen Sorgen darum, dass Anderson Silva möglicherweise ausgenockt werden könnte, dennoch dachte ich, dass er eigentlich diesen Fight gewinnen sollte. Aber es ist alles ein bisschen anders gekommen. Wir schauen uns dazu jetzt mal ein paar Clips an und ich sage euch auch, warum ich glaube, dass der Kampf fake war. Ja, bevor wir jetzt aber loslegen, gibt es wie immer erst mal 5 Sekunden Werbung für die besten Supplemente von Zag+. Mit diesen Supplements könnt ihr eure Leistung auf ein neues Niveau bringen und mit meinem Rabattcode RING10 spart ihr immer 10% auf euren Einkauf. Die erste Gegenüberstellung, das möchte ich euch ja mal sofort zeigen. Also Jake Paul ist 25 Jahre alt, Anderson Silva 47 Jahre alt, Jake Paul ist 5 cm kleiner, Gewicht war ungefähr gleich, Reichweite 10 cm kürzer von Jake Paul, er stand 5-0 mit 4 Knockouts und Anderson Silva stand beim Boxen jetzt 3 zu 1. Und erstens, klar, Anderson Silva jetzt nicht gerade der Jüngste, aber immer noch einer der besten MMA-Fighter und Fighter allgemein aller Zeiten, den diese Welt jemals gesehen hat, also wirklich. Ich dachte schon, dass er noch stark genug sein sollte, um diesen Fight zu holen. Ich werde euch jetzt auch gleich zeigen, bei welchem Schlag ich mir eigentlich sofort in der ersten Runde bewusst war, beziehungsweise mir gedacht habe, okay, hier läuft was nicht richtig. Erstens, Anderson Silva ist ja hier gefühlt die erste Minute im Kampf nur rumspaziert und hat nicht einen einzigen Schlag geworfen. Jake Paul hat hier immer wieder mit seiner rechten Schlaghand versucht, einen Treffer zu finden. Und hier, Batsch! Es sind gerade mal 2 Minuten und 20 Sekunden in dieser ersten Runde vorbei. Und ich dachte mir, okay, nein, der Kampf ist gekauft. Ich möchte, dass ihr euch mal diesen Schlag jetzt hier nochmal ganz genau anschaut. Schaut euch das mal kurz hin. Jetzt. Was war das? Was war das? Also komm, das war ja wohl gerade der lächerlichste, der lächerlichste, ich sehe eine Öffnung. Ich weiß ganz genau, dass ich dich da treffen kann, aber ich mache hier mal ganz entspannt und streichle dich. Das ist ein Schlag, den bringe ich beim Sparring, wenn ich mit jemandem Sparring mache, der weniger erfahren ist als ich, ne? Und ich eine Lücke sehe und ihm diese Lücke aufzeigen möchte. Ganz easy, entspannt, Treffer, der soll das ein bisschen spüren, aber soll nicht hart sein, weil man möchte ihn ja nicht irgendwie verletzen oder ausknocken oder sowas, ne? Original, genau das war dieser Schlag. Keiner kann mir erzählen, also ne, ich war ja bis jetzt immer der Meinung, so bei Ben Askren und bei Tyron Woodley war ich glanzklar der Meinung. Ich habe gesagt, so okay, Jake Paul hat das Ding verdient gewonnen, die Knockouts waren real, der hat die brutal ausgenockt. Da kannst du gar nichts schauspielern, großartig hin und her, ne? Aber hier bei diesem Treffer, also ich bin mir wirklich absolut sicher, dass das abgemacht war, dass Anderson Silva etwas ruhiger macht. Schaut euch das nochmal an, also... Hey, hey, komm, hätte er da komplett durchgezogen, wären bei Jake Paul wahrscheinlich schon die Glocken richtig angegangen. Aber okay, machen wir mal weiter, ne? So ein bisschen, hier sieht man das nochmal in Slowmotion, so ein schöner, sauberer Treffer, den er da komplett hätte durchbringen können und das hat er nicht gemacht. Dann geht der Fight weiter und hier wieder, also... Ähm... Hä? Hä? Das ist Anderson fucking Silver, Mann. Der holt hier von 8 Kilometer Entfernung den größten Disco-Schwinger in Slowmotion raus. Als ob Anderson Silva es nicht schafft, einen Schlag schneller als das auszuführen. Habt ihr den letzten Kampf von Anderson Silva gesehen, den einen gegen Tito Ortiz? Wie er sich bewegt hat, wie er Tito, als er in der Ecke stand, eiskalt ausgenockt hat mit diesem, pah, Konterhaken? Vergleicht es mal mit dem hier. Und wieder, und wieder, 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 paar Sekunden später, genau dasselbe, wieder. Wieder, wieder, so richtig halbherzig mit seiner Schlaghand ange... Also so Ansätze davon gezeigt, dass er schlagen wird, aber mitten in der Bewegung komplett abgebremst. So, hier, da ist aber mal ein bisschen ein realer Punch dazwischen, ne? Jetzt, äh, Jake Paul versucht hier mit der rechten zu treffen, hat ihn auch ordentlich erwischt, ne? Hier, diese Aufwärtshaken, das war okay. Okay, ja, ein bisschen Showboating hier von Anderson Silva und trifft seltsamerweise wieder nicht, ne? Anderson Silva, einer der besten Fighter aller Zeiten. Mit einem der besten Distanzgefühle ever. Wer die alten Kämpfe von Anderson Silva geschaut hat, der weiß ganz genau, der Typ wusste, wie er sich zu bewegen hat. Der kennt seine Reichweite ganz genau. Glaubt mir, ein Anderson Silva verfehlt nicht innerhalb von zwei Runden, so drei, vier richtig große Schwinger, aus nächster Nähe. Für mich ist das einfach, ich sag euch ehrlich, auch hier sieht man das, da ist gar keine Power dazwischen, was er da reinwirft. Da ist, man merkt, da ist kein, keine Absicht dahinter, Jake Paul wirklich zu verletzen hinter diesen Schlägen, ne? Für mich sieht das aus wie eine Sparringseinheit. Mehr nicht. Und hier wieder wirklich keine gefährlichen Aktionen dazwischen. Anderson Silva zeigt hier, so er fightet ein bisschen, aber hier ist nichts dabei, was wirklich, wirklich gefährlich wird. Ein kurzer Aufwärtshaken hier. Im Infight haut er ihn ein bisschen so gegen die Deckung und alles hin und her. Weißt du, also Anderson Silva hat das Ding ganz schön gut gemacht, ne? Falls ich jetzt mich hier nicht jetzt komplett täusche und mir hier irgendwas zusammenspinne, was nicht so ist. Aber wenn das so war und mit Anderson Silva eine Absprache gemacht wurde, dann hat er hier wirklich eine gute Show geliefert. Dann hat er hier wirklich eine gute schauspielerische Leistung hingelegt, weil wenn man ein paar Szenen auslässt, dann würde man nicht merken, dass es so ist. Hier am Ende hat er nochmal ein bisschen das Gaspedal durchgedrückt und hat er versucht, ein bisschen was durchzubringen. Und da ist Jake Paul tatsächlich mal mit einer rechten Hand kurz an das Kinn rangekommen. Also der Knockdown war definitiv nicht fake, wie man das hier sehen kann. Kurzer Bup. Anderson Silva wollte selber mit einer rechten Hand reinkommen und Jake Paul erwischt ihn da kurz mit dem Haken an das Kinn. Also da hat er einfach Gleichgewicht verloren. Der Treffer war legit, der war real und da ist er zu Boden gegangen. Hat es geschafft, auch hier wieder aufzustehen. Hat weitergemacht. Jake Paul hier denkt, dass er kurz davor ist, den Kampf zu finishen. Anderson Silva hier mit einem Schwinger durchgekommen. Und da war der Fight vorbei. Und am Ende hat dann tatsächlich Jake Paul den Kampf durch Punkte gewonnen. Hier nochmal die Slowmotion Bup. Kurz geklippt, ja, ein guter Treffer. Ganz, ganz kurz und knackig. Da sieht man das, wie das Kinn hier sich Richtung Schulter bewegt. Dieser Aufprall, der führt auf jeden Fall dazu, dass man kurz Lichter aufblitzen sieht und runter geht. Dennoch, ich bin definitiv der Meinung, dass dieser Kampf gekauft war. Ihr könnt mir gerne mal, ja, ihr könnt mir gerne mal, ihr könnt mir gerne mal reinschreiben eure Meinung, aber ich sage, der Kampf war fake. Hundertprozentig sage ich euch, der Kampf war fake. Diese ein, zwei Aktionen am Anfang, für mich war das definitiv ein Hinweis darauf, dass der Kampf fake war. Ja, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich möchte mal wissen, was ihr dazu zu sagen habt. Hier ist das nächste Video, check das Video auf jeden Fall ab. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.